Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Video. Wir haben hier eine Runde aus der 8. Arena Saison und zwar mit den amerikanischen legendären Kreuzer Alaska. Bevor wir ins Gefecht gehen, schauen wir uns mal kurz an, welche Module und Kapitänskillung ich nutze. Ich nutze einmal Zielsystem Mod 1, dann nutze ich Antriebs Mod 2, im dritten Slot Tarnsystem Mod 1 und zu guter Letzt Hop-Batterie Mod 3. Und als Kapitän nutze ich den Norman Scott mit der Basisfähigkeit gerichteter Aufprall und geskillt habe ich einmal außerhalb der Reichweite, bevor es zu spät ist, durchstoßen, fixiert als legendären Skill die Nachfüllstation und bei den Inspirationen nutze ich einmal den Francesco Mimbelli und den Nikolai Kuznetsov. Außerdem sind wir mit der Tarnung Winter in Alaska unterwegs in der Runde. Eine relativ neue Tarnung hier der Alaska. Die nutzen wir auf jeden Fall mal hier im Gefecht. Ist auf jeden Fall relativ schick, wie ich finde. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefecht. So, wir sind im Gefecht mit dabei der Pinguin, auch in der Alaska und der Tactic Angel mit der Conqueror. Wir sind hier auf jeden Fall direkt schon mal ein bisschen in die Mitte gefahren, um dort einen Heilungs-Buff einzusammeln für unser Team. Gehen aber jetzt wieder raus und versuchen uns dort unserem Team wieder ein bisschen anzuschließen, würde ich sagen. Je nachdem, was für andere Buffs jetzt hier noch in der Runde kommen. Schöner Treffer hier auf jeden Fall vom Tactic Nichtenerschlag direkt gegen die Alaska, die versucht hat, den eigenen Heilungs-Buff dort einzusammeln. Es ist natürlich immer ein gewisses Risiko dabei, gerade in den Runden ohne Zerstörer, dort die Buffs einzusammeln, weil man dort schnell ins Kreuzfeuer reinkommt. Hätte mir halt genauso passieren können. Okay, der nächste Buff ist hier auf jeden Fall Ruderstellzeit. Ist jetzt nicht unbedingt so ein Buff, den wir unbedingt brauchen. Ist zwar ganz nett, Ruderstellzeit, aber Ruderstellzeit ist halt so eine Sache, die kann man halt teilweise mit gutem Positioning, mit guter Übersicht halt einfach mehr oder weniger weglassen, weil man es halt nicht braucht, sag ich mal. Heilung oder zum Beispiel Nachladezeit ist halt immer geil, weil es bringt halt immer was auf jeden Fall. Haben leider die Mino dort verpasst im Cap, ein bisschen schade. Können jetzt nochmal versuchen, vielleicht blind ungefähr hinzuschießen, wo wir ihn erwarten. Aber halb so wild, halb so wild. Der Taktik und der Pinguin räumen dort auf jeden Fall auf. Wir waren natürlich jetzt hier ein bisschen out of position, dadurch, dass wir den Buff eingesammelt haben. Wir konnten dort jetzt nicht unbedingt mithelfen, weil wir halt zwischen den Inseln waren. Aber allein der Heilungs-Buff ist natürlich ein großer Vorteil. Und bei der Conqueror können wir jetzt hier hoffentlich auf jeden Fall noch ein bisschen helfen. Es sieht auf jeden Fall auch so aus, als wenn auf jeden Fall dort oben noch ein weiteres Team rumkommt. Also das dunkelrote Team seht ihr ja schon auf der Minimap. Die auch gerade die Mino rausgenommen haben, die wir vorhin ja auch schon gesehen haben. Und ich würde fast sagen, wir versuchen jetzt doch ein bisschen nach innen reinzustechen, weil wir versuchen jetzt eventuell ein bisschen aktiv ein bisschen Kreuzfeuer aufzubauen gegen das rote Team. Wir schießen jetzt hier nochmal auf die Alaska, müssen nur aufpassen. Die Yamato wird wahrscheinlich gleich von rechts auf uns schießen. Da schießt er schon. Bremsen dort runter und drehen rein. Dadurch hat er zu hoch geschossen. So, sind jetzt auch zugegangen. Aber wir versuchen jetzt hier ein bisschen Kreuzfeuer zu kreieren. Der Taktik ist ja relativ weit unten am Kartenrand. Und wir versuchen jetzt in die Mitte reinzukommen. Das heißt, dass die Gegner schon ein bisschen gezwungen sind, ein bisschen Breitseite zu zeigen. Wie zum Beispiel jetzt die Yamato, die hier mehr oder weniger fast zum Taktik anwinkelt, aber dadurch halt Breitseite zu uns zeigt. Einfach dadurch, dass wir jetzt hier in die Mitte reingefahren sind. Und gleichzeitig können wir halt die Insel links von uns nutzen, um Feuerschutz vor den letzten orangenen Spielern zu haben. So, hier haben wir eine relativ gute Position, würde ich sagen. Wie gesagt, die Yamato winkelt zum Pinguin und zum Taktik an. Und wir sind natürlich jetzt hier perfekt positioniert, um dort die Breitseiten abzufarmen. Der eine Heilungswaffe ist übrigens immer noch dort. Wir haben aber übrigens auch schon einen zweiten, weil die dritte Welle war halt noch einer. Dementsprechend habe ich den für unser Team hier auch eingesammelt eben. Die Frage ist halt, können wir vielleicht sogar noch einen dritten bekommen? Oder wird die Yamato dort schneller sein? Wir werden jetzt hier ein bisschen beschossen, aber das stört uns nicht sonderlich. Wenn die Yamato hier draußen ist, dann wird auch die Aufklärung für die Mino dort nicht mehr gewährleistet sein. Na, Yamato hat uns doch relativ hart hier getroffen. Versuchen jetzt hier mal auf die Mino zu schießen. Na, dreht Mino mal raus. Ah, nur die Granate, die ein bisschen schlechte Streuung hatte, ein bisschen zu hoch gegangen wäre theoretisch. Die hat getroffen, weil wir halt nicht hoch genug gezielt haben, weil die Mino halt leicht weggefahren ist. Wir haben Wasserlinie gezielt. Dadurch natürlich logischerweise die Granaten zu kurz. Bitter hätte natürlich auch nicht nach Schlag werden können. Wäre er dort nicht rausgedreht. Treffen aber hier die Alaska richtig gut. Mit unserem Heckgeschütz zwei Zitadellen gemacht. Das hat auf jeden Fall gut gescheppert. Frage ist halt, was das Orangene Team mittlerweile macht. Wobei, wie gesagt, wir haben hier eine gute Position. Haben halt diese Insel links von uns zwischen uns gebracht und den Orangene Team. Sofern sie nicht ganz außen rum fahren, können sie uns halt nicht beschießen. Gleiche gilt halt auch für den Tactic und für den Pinguin. Wenn ihr auf der Minimap guckt, diese stehen halt auch unterhalb von einer Insel. Um einfach, ja, das Kreuzfeuer zu vermeiden. Das ist halt taktisch natürlich sehr intelligent und auch sehr notwendig in der Arena. So, arbeiten hier weiterhin an der Alaska. Wenn die Alaska draußen ist, dann hat die Minimap auf jeden Fall auch nichts mehr zum Beschießen. Weil da die Aufklärung weg ist. Gerade ist halt am Nebel drin. Versuchen halt immer ein bisschen vorwärts, ein bisschen rückwärts zu fahren. Nicht stehen zu bleiben. Um es den Gegnern so schwierig wie möglich zu machen, um uns zu treffen. Mittlerweile haben wir ja auch schon die 150.000 Schaden erreicht. Okay, da sind auf jeden Fall schon mal die zwei Gegner. Wissen wir Bescheid. Wir sollten aber jetzt hier die Alaska rausnehmen. Ah, fährt hier wieder vorwärts. Brennt aber hier. Okay, sehr schön. Der Pinguin riecht hier die Alaska. Sehr schön. Und wir gucken mal, ob wir vielleicht hier die, na okay, die Orangen in Alaska hier leider schon anwinkeln. Hätte ich lieber auf die Mino schießen sollen. Heckgeschütze. Aber wir haben ja gleich nachgeladen. Schönen Treffer hier nochmal vom Tactic mit der HE. Die Mino hat natürlich keine gute Panzerung. Gerade eine Conqueror dort auch mit HE kann dort Zitadellen machen. Das ist natürlich richtig böse. Aber die Mino auch nicht die schlechteste Runde. Hier mit den Unterstützer. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt hier mal ein bisschen nach vorne zu stechen. Weil der große Kurfest natürlich mittlerweile noch einen Fortschritt hier hat, was das Cap einnehmen angeht. Den wollen wir natürlich resetten. Großkaliber gab es jetzt hier auch noch. Sehr schön. Heckgeschütze können wir eventuell noch für die Mino nutzen. Wobei die ist halt schon ein bisschen weit weg. Da werden wir wahrscheinlich eh nicht treffen. Alaska jetzt hier gerade nochmal ein bisschen Breitseite. Versuchen wir nochmal unser Glück. Leider keine Zitadelle. Schade. Versuchen nochmal unser Heckgeschütz hier auch rumzukriegen. So, beschleunigt jetzt hier. Wie zu erwarten. Leider ein bisschen hoch gezielt. Nächster Versuch. Haben wir diesmal ein bisschen mehr Glück. Besserer Teufel auf jeden Fall. Aber leider keine Zitadelle. Großer Kurve ist natürlich hier noch die ganze Zeit angewinkelt. Brennt hier auch ordentlich vom Pinguin. Theoretisch hätten wir auch schon die HE vielleicht früher nutzen sollen. Aber ich hatte halt immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir dort die Alaska an der Breitseite nochmal treffen. Pinguin jetzt hier auch mit dem Großkaliber. Sehr schön. Versuchen jetzt hier ein bisschen in die Breitseite zu kommen. Vom großen Kurfürst. Haben auch wieder die AP geladen. Versuchen dort auf Höhe der Aufbauten reinzuschießen. Das macht auch immer gut Schaden. Hier fast 10.000. Das ist natürlich super. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, dass er dort uns gleich nicht komplett in der Breitseite erwischt. Weil wir zu gierig sind und das Heckgeschütz unbedingt nutzen wollen. Okay. Schießt jetzt. Wir winkeln an. Fast alles von seinen Granaten ist abgeprallt. Und damit ist der Kurfürst hier auch draußen. Sehr schön. Punktemäßig. Beziehungsweise von den Kills her. Selbst wenn wir es nicht schaffen in den knapp drei Minuten jetzt hier die zwei verbleibenden Gegner rauszunehmen. Werden wir auf jeden Fall hier die Runde gewinnen. Mit unserer Alaska Wintertarnung hier ausgestattet. Auf jeden Fall eine hübsche Tarnung meiner Meinung nach. Da hinten ist auch noch die Mino. Leider nicht in Reichweite. Vielleicht kann der Tactic dort ja noch ein bisschen was machen. Schauen wir mal, ob wir hier noch was gegen die Alaska machen können. Die Mino war ja schon glaube ich fast tot. Wird wahrscheinlich mittlerweile wieder gut hochgeheilt sein. Leider immer noch außerhalb der Reichweite. Da ist die Mino ja fast volles Leben wieder. Aber da wird sich der Tactic freuen, dass er dort quasi die Mino dreimal rausschießen kann in der einen Runde quasi. Auf der Entfernung. Granaten fliegen natürlich elf Sekunden. Können es versuchen aber dort zu treffen. Ist halt sehr schwierig. Sagen wir es mal so. So, die Alaska sieht so aus, als wenn er dort für einen Ramm gilt. Wir treffen eine Granate immerhin. Ja, Alaska geht hier für den Ramm. Schade, hätte ich gehofft, dass wir dort vielleicht auch nochmal ein bisschen was machen können. Aber eine nette Runde hier auf jeden Fall. Richtig gutes Positioning von unserem gesamten Team. Und auch der Tactic hier eine Hammerrunde. 243.000 Schaden wurden es am Ende mit 153 Zieltreffern. Fünf Schiffe aufgeklärt, drei Ausfälle, zwei Schiffe zerstört, drei Zitadellen. Dreimal das Cap verteidigt, ein Sekundärtreffer. Dann gab es noch Dreadnought, Unterstünzer und Großkaliber. Schauen uns das Teamergebnis an. Was war das denn für eine richtig hammergeile Teamleistung hier auf jeden Fall. Alle über 6.000 Basis-EP insgesamt. Sieben Kills gemacht in der Runde. Richtig, richtig stark. Jeder hier auf jeden Fall mit dem Unterstützer Großkaliber. Das ist natürlich richtig stark. Und auch ein Delta Team, die Minotaur auf jeden Fall eine richtig starke Runde gespielt. 3.800 Basis-EP in der Niederlage ist auch verdammt stark. Schauen wir uns nochmal schnell den Wirtschaftszweig an. 3.16.000 Kreditpunkte Profit gemacht. Und dann gab es noch einiges an Erfahrung. So Leute, das soll es auch für das heutige Video mit der Alaska gewesen sein. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Leute. Haut rein. Ciao, ciao.